so mal gucken was wir jetzt machen natürlich mal selber spielen muss wie gesagt neu muss gespielt werden ich will ja auch ganz gerne einfach mal slipern aber nicht schon mit der waffe nicht zu fehlen kriege dann guck dir mal das aiming an guckt das aiming an guckt es euch an guckt es an alter bei der dritte wer ist das denn xxf4 wie kann man nur so einen scheiß namen haben das habe ich ja ich habe spaß Ach so, das war so einer, Scheiße. Ähm, wir nehmen mal den Front Rifle Man hier. Mit der Standardknarre. Macht gut Schaden. Ist gut zu handeln, schon eine Einsteigerhafe glaube ich. Könnte man sagen. Und wenn ich zum Beispiel auf Titans schieße. Und die dann mit... Hier guck mal, wenn die einfach totgeweiht sind, ne. Die gehen aber jetzt hin, Alter. Das ist eh keine Chance mehr. Oh. So, Warp, dann ist er aber sofort da, ne. Nicht hier so rum wie Eier, was wir sonst immer haben. Klack. Die holen runter. So, im Batterie. Und... Klack. Leben wieder da. Ja. Super System. Wirklich geil. Haben das super verbessert. Das Gefühl, die Tonbugs von damals sind wieder da. Ja. Im ersten Teil. Wirklich geil. Wirklich geil. Wirklich geil. Ja. Sagt... Wie viel lag gerade ein bisschen, ne. Scheiße. Mein Internet zackt Dicks, Alter. Das ist schon wieder er. Sorry, Alter. Ja, am Internet losst ich gerade wieder auf Schwänze, ey. aber ich will halt meine capture programm nicht ausmachen weil ich habe übelst wohl damit ich danke dir echt herzlichen dank weil bis ich endlich mal kämpft schon darf und jetzt kann man zwei jahre vergehen wir schießen darunter weiß ich geben extra noch die möglichkeiten darunter zu schießen dieser kruppel schafft es einfach nicht also ich habe so viele videos gesehen wo die leute gesagt haben dicker bleibt doch stehen ich will helfen weil sie ich selber bleibt stehen weil ich merke und vor mir steht aber nicht er kriegt es nicht genau ich habe unter echt von der karte ist einfach nicht auf reihe kriegt weiter weggemacht wo ich ja ja kleiner roten scheiß also vor karte mann karte oh mein gott aber wenn die kinder in ihre fressen das ist so geil dieses ding ja ist klar jetzt mal jetzt mal ernsthaft ne ich hab ihn weggeboxt ja gut damit hätte keiner rechnen können ja natürlich haben wir nicht trocken doof ist also verliert man die hälfte des geldes ich müsste es auch mal langsam abgeben das kriege ich ja eigentlich auch nicht gebacken aber momentan ist an diese dingsrunde guten tag ich nehme mal ganz kurz an der batterie ne er hat mich durch zufahr platt getrampelt ach komm aldo wir gewinnen wir gewinnen wir gewinnen aber ich kaufe mit sicherheit nicht für den tag test jetzt ist vier mili jahren so nein komm schon ich kauf mir doch jetzt kein 120 ausgaff joe slack auf jeden fall also gar nicht wollte ich sagen nur damit ich jetzt kurz eben in dem spiel bisschen besser bespielen können oder was ich gar nicht ein weil gekauft wird das spiel logischerweise für den pc doch schnell rauf hier bevor er totgeweiht ist und zack batterie für dich junge komm hier kriegst du noch eine batterie komm hier kriegst du noch eine batterie komm hier kriegst du noch eine batterie ja der ist auf jeden fall ejected also an seiner stelle hätte ich auch gemacht ja auch keinen scuff gehabt der kollege Oh, du 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 du. So, ne der schon, ah fuck, er ist Todgewalt. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. 25 Dollar, Alter. Wollte ich nachher nur noch Safe zu uns bringen, zu unserem Lager. Kann ja schon mal hinlaufen. Na? Mag Mutti dort nicht, dass du dort Spiel spielst? Ist ja auch ab 18. Da sollst du doch gar nicht spielen. Ich bedanke mich. Hier, Teamplay, auf. Nixer. Nixer. 821 Ah, perfekt. Eliminated. Da kann ich nämlich wegboxen. Die Shops sind offen hier, ne? Klack, zack und bam und weg mit dir! Sorry, war dein Geld? Das wollte ich nicht. Tausend Leute, tausend! Jetzt darf ich nur nicht verrecken! Und ich führe mein Team hier zum Sieg, man! Jawohl, wir haben es gleich. Ach, so geil. Oh, tschüss Kollege. Mehr als tausend kann man noch gar nicht haben. Woh! Woh! Okay, dude. Ich kann mein Teil nur nicht zerstören, Kollege. Habe ich nicht die Granate gekillt oder war mein Titan das? Ja, 17 Kills, alter. Pfff. Trotzdem so schlecht. Schlechten Anführungszeichen, ne? Holy moly weh! Alter! Ich hab noch mal Schreck dafür guckt, ob der Ton überhaupt mitläuft. Man weiß ja nie. Gunrunner. Ja, eigentlich müsste ich ja mal, ne? Ja, kurz lieben. Pilot. Äh... Ich will das doch! Ich will stimmen! Ich bin angeschossen! Wie ist das? Kannst du halt... Weißt du, was ich meine? Guck mal, wie die kostet. Okay, die 50. Ihr willst das alles ausprobieren, ne? Powerzelle. Ja, besser als Lebensregeneration. Ja, brauche ich nicht. Und wieder schaffe ich es euch nicht, oder? Ne, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Während des Schießens Sprinten. Während des Sprintens Schießen. Gebärt, glaub ich, äh, besser. Äh, da habe ich nicht genug gekillt. Ja, gibt auch mehr Ammo und... Faster into Aim-Side. Das ist aber alles ein Kinderkram. Wir können ja mal mit der, mit der LMG, äh, Spitfire. Ich mag diesen Bounty-Modus, obwohl. Wir können ja auch eigentlich mal eine Flagge einnehmen, ne? Habe ich auch noch nicht gemacht, aber ich schätze mal, alle spielen diesen, ähm, den Bounty Hunter-Modus. Weil der ist auch mega cool. Da muss ich einen Modi auch noch ausprobieren. Und er baut die Hand und wir zum Monot, den für dich nachher im fertigen Spiel, äh, sehr häufig spielen. Echt mega geil. Die haben wir aber auch Razzariste. Bah! Bah! Ah! So, Spitfire. Schieß langsam. Macht aber viel Schaden. Oh, wo bin ich denn hin? Ich Idiot. Ich bin nervös. So. Ich bin, dass du aufn, wir schnauert. Wo bin ich vielleicht gerendet? Warum hat's aus, ich bin vor. Alright. Und jetzt, hier! Da ist ja nicht zu lösen, mach. So. Und jetzt. Auf! Und jetzt. Nachschtauchen. Ich finde, wir schauen. Ja, das war der erste Kill, Jungs. Oh, da wurde ich gerade auf der Karte markiert. Das ist natürlich unschön. Und da willst du Infinite Warfare, der kann sowas von einpacken. Mahlzeit. Yo, Alter. Oh, fuck. Es gibt überhaupt keinen Warlack in diesem Spiel oder so. Nee, nee, nee. Er wird oben wo sein. Bats, Junge, hast du gesehen? Mega geil, wie ich mir ans Gesicht getreten habe, du. Und da wird das echt widerlich. Ja, früher ging diese Waffenverbesserung durch Karten. Jetzt kannst du es so machen. Mega geil. Das habe ich, glaube ich, schon in meinem letzten Titanfall 1 gameplay gesagt. Das Spiel halt sich nicht neu erfindet. Also, vieles gleich bleibt. Aber die halt an den richtigen Schrauben gedreht haben. Und das ist das halt, was dieses Spiel so gut macht. Ich mach halt nicht alles nochmal komplett neu. Sondern der erste Fall hat ja gut funktioniert. Er hat halt nur seine Fehler. Und die haben sie halt nochmal ein bisschen ausgebügelt. Movesystem nochmal ein bisschen erweitert. Nö, da war nix. Aber die rutschen, das ist einfach so gut. Titan ready. Call it anytime, Pilot. Mark on the blade. Hi. Was ist denn hier? Oh. Also, wenn hier ein Titan rumpimmelt, dann muss ich auch. Hä? Nope. Das kam zu sowas von vergessen. Ich gehe immer zu A-Flagge und räume da ein bisschen auf. Was hält ihr denn davon? Das kam zu jó. Also, nein. Das liegt. Das liegt auf dem Motorrad. Oh. 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 Was ist mein Titan an dir gerade? Ja, habe ich. Mega geil. Ach Gott, das Spiel, Leute, das wird so Bock machen. Und dann auch PC, Alter, da werde ich auch noch ein bisschen besser aimt, weil, aber ich meine, lange spiele ich mich ein, meine Hände sind zwar klitschnass. Fuck. Da musst du treffen, fällt mir leider nicht immer live. Ist geil, aber der sekundäre Feuermodus herrscht schon was. Ja, natürlich ist er fast leer. Ah, fuck. Hi. Das wäre wieder die Granate viert, ey. Boah, die war verrockt, aber richtig, oder? Die war verrockt, richtig. Boah, das war ja fein. Also im ersten Tag fein, die war nicht so geil. Ich habe einfach geboxt und habe gesagt, vielleicht ist es hier einer. Ohohoho. Hilfe. Was? Oh, komm, Junge. Junge. Er kämpft da oben. Wie lange wollte er da jetzt eigentlich reinzoomen? Wo pisse, Alter. Einfach reinhalten. Na, wie ist mit unserem Flaggen aus? Gibt sehr gut aus. Gibt sehr gut aus. Also, ich habe gedacht, das wäre einer. Nee, alles cool. Alles cool. Alles cool. Gibt's. Das wurde also Luftgeðger in Flora. Die haben ziehe, du bist so gut aus. Oh. Habe ich das gesehen, wie das gehabt geleckt hat? Ja, ich habe es uns easy geholt, Alter, nicht easy hätte ich ihn weggemacht. Okay, B brauchst du eigentlich nur mit Titans einnehmen. Hallo, willst du mir die Batterie geben? Also ich meine ja nur. Okay. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oh fuck das da hinten ja gut das haben wir jetzt verkackt alter war das geil da ich hätte nicht dass ich mit dass ich meine ich habe ja die spitball schon im ersten gehabt ich habe am pc ich hab nichts gerissen gar nichts aber hier verzieht habe ich dir nee da bin ich noch mal alles holen wie sie darauf haben das pack ich dann sicher nicht auf das heißt jetzt immer an ja morgen ist happy hour dicker ich weiß ich freue mich auch drauf war noch kosten die kostet kein geld mehr du weißt ich dass ich der laser man den so näher ist mir zu viel das ist mir dann doch zu viel sniper sollte mal sniper spielen aber alles gespielt haben aber wie gesagt sniper das wird ganz ganz hart wobei warte mal wo kann man ach so man kann statt einer anti titan ganze pistole mitnehmen hätte ich für so eine sniper class ja schon ganz gerne aber ich wollte mir halt erst im freischalten naja man kann nicht alles haben leute auch mal kurz jetzt auch wirklich macht du viel zu viel menthol drinnen mein zimmer ist schon wieder viel zu entnebelt da muss auf jeden fall nachgeholfen werden dann kommt die fett dieses fisch einfach ist es ist einfach dies beides vermute ich ja auf jeden fall habe ich den nicht Digger Naruto komm her hier ja nee ach der die schon wieder ach komm nee das wollen wir auch nicht nochmal angucken ich weiß ob ich gestorben bin hier hat mir noch einer war das will ich in der Killcam sehen das sieht aber nach krassem Auto eben aus wow war geplant das war komplett geplant nicht wirklich ja gut den habe ich ich habe einfach gewusst was der da ist aber nicht wo genau ja und der hat auch jedenfalls Kraft gehabt jetzt mein Aiming wieder scheiße wow dude ich habe gedacht wer ist denn ein dude oh nee jetzt lag das wieder ey ich habe gerade einen gesehen den laufe ich nämlich hier rum oh komm bitte internet bei do your thing und so ne aber das geht aber gerade gar nicht das geht aber gerade gar nicht der will mich für dich haben alter der dude der wollte mich auf jeden fall haben ich habe einfach mal dankend abgelehnt ich habe einfach mal dankend abgelehnt jetzt kämpfen wir hier und gucken wann der nächste kommt und dann erschieße ich den einfach wäre ein Asimov oder? ja dein ernst jetzt alle ohne will ohne und die lässt schon guck du guckst dir an guckst dir an das ist doch nicht wahr ey die anderen lässt er einfach im Leben erst mal die punkte einsammeln das ist gammelig das ist gammelig hi ich darf nochmal ne du bist du denn jetzt von mir bist du bescheuert warte willst du jetzt von mir bist du bescheuert geht nicht super mein aiming alter bitte tu es mir nicht an handel oder 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 zwei die oder oder Oh ja High five bro Was? Komm, komm, alter Tadaa Immer die Dächer am Augeballen Sorry, den hab ich dir gesnackt Oh, oh, ja bitte Okay Ich hin rum, Jungs Also es geht zwar nicht, aber Ich wäre gegangen Komm, du dich um die da Au, 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 au Hi Da bin ich wieder Nein, oh Gott, ich hab ihn gerade noch gesehen Dieser unsichtbare Hurensohn Echt, man sieht Komm, wir hätten das sehen müssen Aber wir haben ehrlich gesagt auch nicht gerechnet Dass da einer, äh, null Hoden hat So schnell konnte ich nicht reagieren Hier muss erst doch genau hingucken Bevor du da rankannst Eben meine Ja Das ist einfach scheiße Ich kann das mit meinem Controller nicht Ich kann nicht mich umgucken Gleichzeitig viel drücken Ich muss meinen Daumen dafür benutzen Sony, mach mal was Natürlich aim mich 100.000 Kugeln daneben Boah, das war auf jeden Fall ein Spawn, Alter Das war ein Spawn, der geht in die Geschichte ein Das war ein Spawn, der geht in die Geschichte ein Nee Die haben mich doch gleich Hi Digo Digo Ja, irgendwann ist es vorbei. Killer-Gurke, du Nockenkinder. Ja, wenn er mich da liegt. Obwohl, wenn ich mal... Gut, ich bin auch schon alt, ne? Ich kann halt nicht mehr mit dem Aim. Ich weiß hier, wie die ab und zu mal drauf sind. Ey, ist ja Wahnsinn. Wir sehen mich, aber freut mich selber. Echt jetzt? Plötzlich sind da 100 Grunts. Guck mal, wie er guckt, er so... Oh, ich hab ein Kick damit, das Team geordnet. Da muss ich jetzt sofort hinlau... Internet... ...mach mich nicht aggressiv. Wow, Alter. Habe ich ja den Grunt nicht getroffen? Ähm... Ich... Ich... Weißt du? Einfach nur... Ich hab gar nichts mehr. Ich bin aber völlig überfordert mit dem Spiel. Das Spiel überfordert mich mal wieder maßlos, ey. Wow. wir sind für dich ich bin zu wahnsinnig, 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 junge, ich bin zu wahnsinnig, ja ist klar, an was hänge ich denn da fest, oh, ich hänge an dem übelsten Stein fest, ja Naruto, das war wohl nix, ne, trollenganze waren anders, ich hänge einfach an dem Kieselstein fest, mit meinem Mech, ne, mit meinem Gundam, oh hi ich wollte gerade sagen, wir sind ein paar unnachtsame Gegner wegkohlen, Alter hier, Mittelfinger, Mittelfinger für dich, die haben verloren, scheiße, ja stimmt, sonst hätte ich ja nicht, ne, fuck, ich bin erster in meinem Team, obwohl der unter mir 25 Kills hat, aber ich habe dafür 1000 Punkte gemacht, oh, 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 Alter, meine Hände sind klitschen das, ohne Spaß, das Spiel ist mega, es bockt einfach wieder von vornherein, auch wenn du aufs Sack ist, also jetzt aber, ich würde, so würde ich es mir sogar für die Konsole holen, wenn mein PC nicht geil wäre, next unlock, ach, 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 die Waffen schaltet man durch Level frei, man kann sie aber auch mit den Tokens freischalten, ja, sag das doch mal einer, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, customizing, wo ist er hier, SMGs müsste das sein, Submachine guns, ne, das ist die nicht, das ist die, na, normalerweise die 45 Punkte kosten, dann kann sie, die Waffe ist sowieso mega geil, ähm, die hat unendlich Munition, ist aber ne Laserwaffe, also die Kugeln brauchen ein bisschen, zum Ziel zu kommen, also Long Range ist eher scheiße, ähm, und wenn man zu lange Schicht überhitzt die, dann brauchst du eine lange Abkühlanimation, und jedes Mal, wenn du, du musst also tippeln geht auch nicht, also wenn du den Gegner siehst, draufhalten, wenn er tot ist, Schwicker loslassen, dann kühlt die Waffe kurz ab, mega geil, äh, nämlich für die Leute, die sich gefragt haben, wart mal, die Waffe kenn ich doch irgendwoher, die Waffe kenn ich auch woher, die kenn ich auch woher, und die auch woher, also die, glaub ich, meist gespielten Waffen aus dem ersten Teil, haben's wieder ins Spiel geschafft, tatsächlich, so kannst du die Punkte, so, ich wette, diese Punkte kannst du dir mit Microtransactions kaufen, also das ist ja heute Standort, ähm, die Waffen, die, glaub ich, am meisten gespielt wurden damals, die sind wieder drinnen, und dann halt, noch mit neuen Pool Waffen aufgefüllt, bei den Anti-Titan-Waffen ist das genauso, wobei hier die, ja, die gibt's auch im ersten Teil, die gab's auch im ersten, die auch, die nicht, aber die ist hier anders, und, ach, da kann man so viel zu erzählen, es sieht auf den ersten Blick aus, äh, wie, äh, Titanfall 1.5, ist es aber nicht, es ist, äh, äh, naja, das wär's auf jeden Fall meine ersten Aufnahmesession, die haben jetzt eine Stunde aufgenommen, das sollte eigentlich reichen, und jetzt morgen, am Sonntag, mach ich nochmal ein Stündchen, vielleicht auch zwei, je nachdem, und Privatspiel natürlich jetzt auch noch ein bisschen weiter, ich bedanke mich alle schön fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen, und bis zum nächsten Mal, bei Zeitenfall, es wird instant vorbestellt, das ist ja mal klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020